Wenn man unter den typischen Gässchen der Ortsmitte von Mijama spaziert, entdeckt man leicht die Anmut der solentenischen Schlichtheit und Echtheit und versenkt man sich in den warmen Farben des Carparo, typisch Kalkrenikstein. Das Herz des bewohnten Gebiets zeigt verschiedene Arten der typischen Architektur des Landes von Otranto, mit den feierlichen Formen der Adelshäuser, die hochheitsvoll auf den engen Gässchen hervorragen. Sie beweisen die Familienüppigkeit durch die heraldischen Wappen und die kleinen privaten Jugendfreizeitstätten. Im Herzen der Stadt bemerkenswert ist das glatte Bossenwerk, das die alten Porteile umrahmt, die nach dem Geschmack aus dem 17. Jahrhundert gehauen wurden. Das Volksbauwesen ist dem Besucher auf dem typischen Casiacorte gut sichtbar. Das heißt typische Gruppe von ländlichen Häuser, die um eine gemeinsame freie Fläche aufgestellt werden. Die Höfe brachten der Familie mehr Sicherheit und hier gab es verschiedene gemeinsame Diensten, sowie die Zisterne für die Wassersammlung, die Waschwanne und kleine Lagerungen für die Erhaltung von den Werkzeugen und von Nahrungsmitteln. Im Herzen des bewohnten Gebiets findet man das kleine Oratorium heiliges Oroncio, Beweis der schlichten religiösen Devotion der Gemeinschaft von Mijano. Ganz oben sticht noch der Glockengiebel hervor, der den heiligen Erzbischof aus Lecce erinnert. In der Vergangenheit wurde er gegen die Infektionskrankheiten angepflegt. Auf dem Platz des Rathauses steht die Säule des Schutzpatrons heiligen Vinzenz von Valencia, die im Jahr 1772 von den Einwohnern von Mijano errichtet wurde. Was auf dem Platz hervorsticht, ist das Rathaus. Es wurde vom Korsen restauriert und hat auf der Spitze die Flötenuhr und den kleinen Glockenturm der Stadt. Im Inneren des Gebäudes können die Besucher sich dem touristischen Infopoint der Gemeinde von Mijano zuwenden und eine Führung in der schönen Ortsmitte reservieren. Hochheitsvoll ist der Palazzo Verna Leone, der jahrhundertelang die feudale Macht dargestellt hat. Das Gebäude stammt aus dem 6. Jahrhundert, obwohl es im Laufe der Jahrhunderte mehrmals verendet wurde, bis es völlig die alte militärische Physiognomie verlor. Wenn man Richtung Heilige Barbarastrasse weitergeht, findet man den schönen Stadtpark, der mit der Adelsvilla Episcopo angrenzend ist. Auf einer Fläche von einem Hektar erstreckt sich die erlesene, ansteineichenreiche Grünfläche von der Gemeinschaft von Mijano. Hier treffen sich die Jugendlichen und die Familie der Ortschaft. Der Park bietet den Besuchern verschiedene Tätigkeiten, Unterhaltungen und sportliche Aktivitäten. Es kann sehr angenehm sein, sich in der unbefleckten Natur des Stadtparks von Mijano zu versenken und die typische Flora der Machia Mediterranea wenige Schritte von der Ortsmitte zu genießen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017